Willkommen zu einer weiteren Folge Adventure Map mit dem Commander Cookie und mir, dem Priman mit Ninja Jump. Oh, und jetzt mal runterfallen. Mutti. Kuckuck. So. Und dann. Oh. Oh, Alter. Da bin ich wohl leicht über die Leiter drüber geschrottert. Ich hab gelaggt, deswegen bin ich grad runtergefallen. Oh, hab gelaggt. Ja, ja. Leck. Ja, ja. Es ist immer noch ein bisschen bitter, dass du fast 100 Tore weniger hast als ich. Ah! Was geht denn heute bei dir? Alter, nein, Mann. Steck mich nicht. Alter, jetzt komm ich nicht mal auf der Leiter, verdammte Kacker. Steck mich nicht an mit deiner... Nein! Was machst du denn? Ficker! So, komm, jetzt lass mal aber hier ganz ernst, ja? Oh, ist das erste. Okay. Komm, mach mal den Abgang. Nein! Mann, du Ficker! Du Hure, Alter. Alter, ich lag gerade. Warte mal kurz. Alter, warte. Du hast mich in die Wand reingebockst, Mann. Stimmt überhaupt nicht. Spreng-Räber. Nein! Ist doch scheiße. Alter, jetzt rennt der nicht mehr. So ein Spasti aber auch. Lol. Nein, wir spielen Minecraft. Alter! Nein! Dachte ich mir auch gerade. Kann nicht mehr. Nein! Ich bin voll schlecht. Ich auch. Lol. Nicht dein Ernst. Nein, du Affe! Guck mal! Ich hab dich gar nicht runtergeschlagen, du Hure. Ja. Ich auch sag. Woah. Bist du zu schlecht. Du bist schlecht, Mann. Ich guck die ganze Zeit, ich reagiere. Nein! Alter, what the fuck? Was geht denn hier? Was ist denn los gerade? Jetzt halt endlich. Easy going war das hier gerade. Und der auch easy going. Eigentlich hätte ich dich gerne gerade runtergeschlagen. Nein. Komm her. Nein. So eine Scheiße. Oh! Ja, mein Name. Das ist so wie ein Treibster, dann sieht das gerade voll. Das war so schön. Das geht halt jetzt ab. Jetzt öffnet sich hier kein Fenster, weil wir im zweiten Ding. Wait a sec. Huiiii. Oh ne Scheiße, wurde zum Falle NEIN! Oh man, ich war beim dritten, beim dritten Eisen Ich war beim dritten Weil ich beim dritten war, wusste ich, ich gebohr Alter, das ist doch nicht mehr, Alter, ich muss mir ein bisschen mein Mikro runterstellen Weil sonst kriegen die Leute ne Krise bei mir Hm, so wie du wieder rumschreist Ich glaub, ich hab, hm? Fuck you! Oh Gott, mich hat's runtergehauen Habt ihr ihr gesehen oder was? Nein Alter, was geht denn jetzt grade auf? Es le-le-lekt! Warte mal Ja, ich bin am richtigen Internet Hä? Man! Warum bist du verreckt? Warst du bei den Eisenhöhnen fertig? Nein, fast! Ich werde auf den zweiten Eisenhöhnen fließen, bin ich nicht rauf Deswegen! Irgendlof! Ach kack Wichse! Alter, was ist denn das da? Warte! Ey, das ist doch ein Wichse! Ein Wichse, 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 Wichse Was ist los? Irgendwie... Internet oder was? Ne... Es hat grad so Rrrrring gemacht bei mir Rrrrring Rrrrring Und... Rrrrring Das ist so ne Kacke Auch, ey! Ops Könnt euch noch kotzen, ich war letztens so gut! Ja? Und deshalb... Unisch mega! Weil ich hüpfe viel zu früh Na! Mann! Ich springe bitte zuerst Ich muss grad irgendwie... Alter, ich war drauf! Scheiße! What is going on with my PC? Alter! Ich bin runtergefallen Was geht denn? Das ist aber wichtig grad, Bert Irgendwas macht grad mein PC Was lädt da? Ich heiße nen Scheiß Virus drauf, Mann! Ich will kein Virus haben! Ja, kauf dir doch mal einfach so nen Scheiß Programm, ey! Ja! 30 Euro! Das ist ein ganzes Jahr Ruhe! Das stimmt! Mann! Bist aber selber schuld, ganz ehrlich! Ja, bin ich! Hm! Dann lad dir Windows 10 drauf und dann ist's gut! Hm! Na gut, dann hast du die ganzen Dateien immer noch! Fuck, ey! Warte, das ist wieder so ein dreckiges Ding! Was ist denn das? Siege Protection! Alter! Wegen dir seh ich da oben nix! Sorry, ich bin grad voll in meinem System drin, ey! Nein! Ich will das nicht installieren! Machen wir kurz Pause, Mann! Ja, machen wir kurz Pause! Alter, was geht denn jetzt? Okay, dann machen wir hier kurze Pause! Wir sehen uns gleich wieder! Bis dann, dann! Tschüss, tschüss! Hi! Hi, was geht? Hi! Bin da Engo! Ja, und David, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Adventure Map, äh, Aufnahme! Bist du öfters hier? Nein! Warum nicht? Weil ich gaga bin! Alter, ich hab den ersten Sprung schon wieder nicht! Höchstleistung! Höchstleistung! Du bist richtig gut heute! Du merkst das schon! Höchstleistung! Ja! Ich hab grad null! Jetzt hab ich so getan, als wäre ich schlecht! Und jetzt zieh ich die Ding, die, äh, hier auf einmal durch! Nein! Ich rutsch runter! Wahrscheinlich machst du das jetzt wirklich, ja? Ach, Kacke! Bloß da die Beste doch noch ein bisschen mehr, ne? Ach, Kacke! Voll geil! Ich bin gleich mal am Spinnennetz schon hängen geblieben! Deswegen hab ich mich entschieden! Nein! Ja, genau! Genau das wollte ich nicht! Deswegen hab ich mich entschieden, das erstmal zu beginnen! Ah! Na, hast du Bock? Komm her! Komm her! Komm her zu mir! Ich bin heiß und fettig! Komm her! Ich will halt nicht... Ah! Jetzt kann ich dich eh nicht mehr schlauen, als das erschlagen ist! Das ist der Spinnennetz da! Ist wirklich so! Ich kann hier nicht mehr losschlagen, glaub ich! Ne, ich versuch's! Nein! 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 Du wusstest es! Nein, du Bitch! Nein! Nein! Hura! So, jetzt hätte mein Mikro ein bisschen drückt! Nein! Oh! Ich werd da hier übersteuert! Oh lol! Ich bin grade voll gefehlt! Ich hätte das geschafft! Ah! Ihr habt das... Ich hab das so im Blut gehabt, grade diesen Einsprung-Ding! Ah! Easy! Huhn! Nein! Da! Ah! Ich bin drübergerollert! Hui! Ich bin drübergerollert! Digga, was hast du denn heute so geil nicht erlebt? Ich war heute in der Arbeit! Ich war heute bei der seltsamsten alten Frau, die es gibt! Ja? Ja! Haben die Katzen gehabt? Nein! Aber es hat so krass nach Parfüm gerochen! Weißt du, bist du in die Wohnung rein und ich haut's um! Besser als Pisse und Kacke, weißt du? Ja! Das stimmt auch wieder! Auf jeden Fall ist die schon... Ha! Schon recht alt! Und hat trotzdem noch mehrere Häuser, die sie vermietet! Und so weiter! Gutes Einkommens! Dingisch! Loah! Wie ich dir alles nachmachen! Ja, ist ja wie ich... Ja! Mega scheiße bin grad! Aber eine Sache, da können wir jetzt eigentlich voll geil drüber reden! Und zwar, ähm... Ich hab mit Suits angefangen, ja! Und Suits ist ja so geil! Gibst mir recht! Gibst du mir recht, gell! Das ist geil, ja! Alleine schon die erste Folge der Epic! Und ich bin ja bei der dritten Staffel und bei der fünften Folge! Kann ich gar nicht mal sagen, das ist einfach so... Ich finde den... Alter! Vor allem, was die für Brainfuck einfach raushauen, ja! Von diesen... Einfach Brain hier, ne? Ja dem... Es ist halt voll die Lust gekommen, weil er ist voll des... Äh, also... Alter! Nein! Der eine ist halt voll der... Äh, äh... Eigentlich voll des Arschloch! Ja, stimmt ja! Oder so arrogant eigentlich! Ja, Arschloch ist... Er... Er shoot auf jeden Fall richtig krass auf Machos, sagen wir so! Und ist eigentlich voll... Nett! Ja, oder... Oder vor allem er mietet sich immer so Autos, weißt du? Lotus oder was der war! Ja! Voll geil! Weil die Kohle ja einfach hat! Ja, er ist da... Er ist ja in nem Auto-Club, ja! Ja! Hm! Oh Mann! Bei welcher Folge bist du? Der andere kommt auch mit dem Fahrrad zu... Ja, das wird sich noch ändern! Ja, ja, ja! Aber am Anfang meine ich... Ja, die ganze Zeit... Da ist er noch voll sportlich! Am Ende wird er noch voll fett! Und hässlich! Und die Rechts... Ich mag diesen anderen Vorgesetzten nicht! Das ist voll das Arschloch! Wie heißt der? Louis Litt! Der ist gar nicht... Der ist gar nicht so das Arschloch! Der wird halt so... Ich sehe auch, ne? Der wird ziemlich am Anfang als Arschloch dargestellt! Was er auch am Anfang... Das... Er ist auch ganz viel Arschloch! Also... Ganz lange ist er ganz viel Arschloch! Also er ist auch immer noch ganz viel Arschloch! Ich hoffe, das wird jetzt... Weniger! Das wird zwischendurch weniger! Und dann wieder wieder mehr Arschloch! Und dann weniger Arschloch! Also ganz seltsam! Vor allem, ähm... Wie er ihm dann immer die Aufträge... Weißt du, mitten wo er einen Auftrag von... 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 Duis hat? Dann, äh... NEIN! Da! Dann, ähm... Holt er wieder zum Beispiel zum Tennisspielen, ne? Wo er gerade am Telefonieren ist, erstmal auf Auflegen drücken! Bei welcher Folge bist du denn? Alter! Ich kann keine Leitern! Bei welcher Folge bist du? Ich bin bei... Folge... Ich weiß es gar nicht! Boah, da muss ich jetzt noch rein nachgucken! Nein, nicht! Irgendwo wahrscheinlich bei 5? Oder... 4? Oder 3? Ja, so in der Richtung! Also 5! Ich hab schon recht viel geguckt! Der eine ist voll... War ja voll der Drogen-Junkie, man! Also vor kurz... Ja! Ja, wirklich! Ähm... Warte... Ich war jetzt vor... Vor kurzem war ich bei diesem Formel... Formel 1... Wo sie das... Versucht haben, die Firma irgendwie... Springst du? Dann hat er Teil... Äh... Teil-Dings gekriegt... Das ist Teil-Inhaber... Ähm... Wo er die... NEIN! Ich hab... Ah fuck! Ich hab geschafft! Ich hab geschafft! Ähm... Warte... Geschafft! Ja, Mann! Geil! So... Mein erstes Erfolgserlebnis... Warte... Ich muss erst mal ein Destro trinken... Oh... Geil! So... Warte... Nein! Ja, warte... Wo er diese 500... 5... Wo er halt Senior Partner wird... Meinst du? Ja, genau... 5... Äh... Die halbe Million... Da war ich... Bin ich aber schon vorbei... Das war glaub ich... Vor Auto... Von diesem Formel 1 Wagen... Achso... Ja, ja, ja... Ja, 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 ja... Ich weiß wo du bist... Ungefähr... Da wo er sich... Da... Da ist er zum ersten Mal glaub ich... Sogar in diesem einen Autohaus... Und... Und... Da trifft er da diesen Typen von der Formel 1... Also... Der hat nur... Du hast ja die Folge fertig gesehen... Und die Formel 1 gekauft halt... Und so... Ja, ja, irgendwie sowas... Das ist voll in die Liebe, Freunde... Ich bin in einer Sekunde wieder da... Unprofessionell... 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 1... 3... 4... 5... Na fuck... Äh... 10... 11... Scheiße! Sollte mich hier auf 10 konzentrieren... Sind aber schon mehr als... Als eine Sekunde vergangen... Der... Der Spacko... Ach, kacke... Unprofessionell... So... Hi... Für wieder... War voll länger als eine Minute... Äh... Eine Sekunde... Ja... Die Millisekunden hab ich nicht mitgezählt... So ne Nutte... So ne... Du musst doch... Eine Nutte... Du... HUTTEN SITS UP! Ich könnte zu kotzen... Mami... Mami... Warum so feste... Ruby, sie muss mal kurz was ändern... You are moved! You are moved! Ah... You are joined... Your channel... Mal hier... Richtig, ja? Oh geil... Was machst du denn? Ich bin grade... Momentar... Bist grad in dir? Haha... Geil... Mit dem Finger? Mit meiner ganzen... Scheiße! Mit meiner ganzen Hand... Ja... Wirklich... Ja... Ne... Aber Suits könnt ihr euch wirklich reinziehen... Die Zusammenfassung ist eigentlich... Es geht um... Anwälte... Anwälte 2... Es geht um Badasses... Ja... Die wirklich was rauf haben... Wolf... NEIN! Hahaha... Das ist so ne Kacke... Wolf... Warum hüppig da drauf drüber? Das ist doch schlimm so was... Keine Ahnung... Mal... Simon... Dings... Geht übrigens leider nicht mehr, ja? Was dann? Bombe... Ist die Katzenbombe oder so? Ach... Eine Holzbombe... Das geht schon... Ah... Das geht auch nicht mehr... Wirklich... Ich mach's mal wegen was... Das wär super... So... Pass auf... Jetzt mach ich das... Ok... Das geht doch... Hahaha... Geht doch... Huch... Wollt ihr die mir böse, ne? Ja... Die mir böse... Warte... Keine Situation... Aber Situation... Oh... Ey... Mach mich fertig... Simon... Ja... Ich bild hier grad nur nen Kreis... Wann hast du da? Na auf damit... Ich mach nen Kreis... Ja... Deine Zuschauer wollen keine Katze sehen... Das sind keine Katzen... Ja... Das sind Wölfe... Sie haben genauso viel Pelz... Wölfe sind die süßesten Tiere die es gibt... Meine Lieblingstiere... Ja wirklich? Ja ich liebe Wölfe... Wölfe sind toll... Du hast mir nen Wölfe... Oho... Du bist... Du bist... Du bist dein Wölfeskinder... Ich muss dich wohl n bisschen von den Wölfen wegbringen... NAN! Ey Simon ich könnt gerade otzen ey... Im Strahl... Du kannst theoretisch aufgeben, wenn du willst. Nein. Nein, nicht. Nur wenn ich kurz vor deinem Limit bin. Dann hast du ja noch 60 Tote Zeit. Nein, nicht mal mehr, 50. Du kannst mal den Hund da wegmachen. Ja, klar. Den solltest du nicht schlagen. Passiert. Ich kann ihn nicht schlagen. Warum kannst du ihn nicht schlagen? Jetzt kann ich schlagen. Stirb. So. Ah, das ist doch zu beotzen. Man, ich bin so schlecht heute. Sonst war ich immer voll badass. Naja, letzte Folge war es auch nicht so gut. Klar war ich badass. Nein. Letzte Folge, wow, das waren 1,5, ne? War das 1,5 Folgen? Ich muss die unbedingt noch rendern. Ich hatte nicht genug Zeit zum Rendern. Ist okay. Wir wollten jetzt eh erst mal aufnehmen, weil da eine nur halb ist, weißt du? Ja, besonders, wenn wir dann gleich mehr aufnehmen, kann man es halt gleich auch im Pack hochladen. Nimmt. Boah, krass, hast du das gesehen, Alter? Nice, Brat. Ja, genauso habe ich es doch auch gemacht. Durchgesprungen. Ist einmal einfach. Ja. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ach, geschafft. Geil. Geschafft, Digga. So. Oh, Leute, das sind gar nicht alle runtergefahren. Ich will das alle runterfahren. Alter, wie viele Wölfe, Mann. Ja, ne? Voll doll. So. Ähm. Spaß, jetzt ist alles mit Hundis. So, jetzt wird es witzig. Oder wird es witzig? Ja, es wird es witzig. Hä? Soll denn das funktionieren? Verdammt, wie war das nochmal? Alter, ganz bestimmt. Okay, das wird so schwer, war das gar nicht. Wie war das denn nochmal, Robin? Äh, Robin. Robin. Äh, wie war das nochmal? Spawnpoint. Spawnpoint, ach ja. Spawnpunkt. Also Spawnpoint. Ja, ja. Was kriegst du? Ich weiß, ich schreibe nur immer, äh, Set Spawnpoint. Falsch. So. Ja, das ist noch von, von Weltedit, war das, ne? Ich glaube. Okay, geschafft. Alter, ich bin noch nie mal. Im ersten Run, Digga. Ich bin noch nie mal los. Super easy. Du musst in der Ecke ranspringen. Ja, ja, ich weiß schon. Hab ich schon groß? Wer ist hier, der Noob, ja? Ich hab nie zu dir Noob gesagt. Keine Ahnung. Aber jedenfalls. Ja, liebe Zuschauer, fickt euch, ja? Wenn ihr Noob gesagt habt. Nein. Ja, das liegt daran, dass ich das Ei noch in der Hand habe. Das Ei. Ich bauche mal ein Ei von dir in der Hand. Oh, Leute. Oh, Alter, bist du schlecht. Alter, bist du schlecht. Oh, ja, genau so bad wie du meines Mal bist. Oh, jetzt machst du das. Den kannst du ignorieren. Oh, den kann man ignorieren. Oh, lol, da bin ich zufällig abgesprungen. Und schön in die Lave runter. Nice. Ich brauche ein bisschen länger. Ich will die Folgen ja ein bisschen länger machen. Wisst ihr? Ich glaube, da oben ist... Ich muss die Challenge länger machen. So sieht das aus, ja. Ist da oben Kaktus. Ja, wird witzig. Ich hasse Kaktus. Das ist schwierig, aber gar nicht. Doch, ich hasse Kaktien. Nein. Aber den machst du nicht weg. Alter, das ist doch Kacke. Wie Kacke. Die Kacke, die kackt, wenn sie kackt. Musstest du, dass Kacke kacken kann? Ja. Kacken, die Kacke kackt. Doch ein ganz kleines Schnulli-Würstchen wird das dann. Weißt du vor, was ich am meisten Angst hätte, wenn ich ins Koma falle? Du kacken müsstest. Nein, Mann, vor... Inkontinent. Vor diesem Penis-Ding. Also vor der... Vor diesem... Verdammt, wie heißt der? Ein Katheter. Achso, dass durch die Haarenröhre... Ja! Glaub, das ist voll widerlich. Krieg jedes Mal einen Schock, wenn wir das machen. Die geldaft. Dann siehst du ja auch jedes Mal den... Die Vorstellung ist so grausig einfach nur noch. Dann siehst du ja jedes Mal den Penis von den Patienten. Ja, klar. Und was passiert, wenn der Penis dann steif wird? Der wird nicht steif, das ist so... Ungeil. Vor allem die meisten Leute raffen das gar nicht. Also nicht mehr. Die sind nicht mehr so ganz da. Im Kopf. Oder sie liegen halt im Koma, oder? Opsala. Ja, die kriegen es halt nicht mehr... Und der Erregung findet eigentlich meistens nur statt, wenn der Kopf auch da ist. Das ist er aber in dem Moment. Also wenn das Bewusstsein da ist. Das ist er in dem Moment nicht wirklich. Aber was ist... Ist das ein... Das ist ein flexibler Schlauch, oder? Das ist kein harter Schlauch. Ja, ja, nein. Das kann auch je nach Größe, kann das auch beeinträchtigt werden. Das gibt ganz klar dünne Schläuche. Es gibt dann aber auch etwas dicker. Das wird mit Normen gerechnet. Und da ist es nicht mehr.